Hallo zusammen, gefeiert wird diese Nachricht ja fast wie eine Sensation, auch im dritten Triell, also das ist ein Duell plus ein, feiert wiederum Olaf Scholz einen Blitzsieg bei der Umfrage in der Wählergunst. Der, der mit Kindern gut kann, wie wir es in den letzten Tagen und Wochen ja öfter Bericht erstattet bekommen haben, der allerdings ab und an von Erwachsenen manchmal ausgebucht wird, der wird also wohl der neue Bundeskanzler. Gut, wir finden diese Nachricht so sensationell, dass wir da eine sensationelle Blitzeilmeldung mal draus machen mussten. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Nacht, liebe Bundesbürger. Ach nein, es ist der erst Vormittag. Wir wünschen euch also einen guten Tag. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt stark, es wird, es bröckelt, es bröselt. Ciao und tschüss.